Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast zu einer News, zu der ich auf jeden Fall einen Daumen nach oben sehen will oder natürlich auch eine Bewertung bei iTunes oder aber ein Follow bei Spotify. Denn heute sprechen wir über Conor McGregor vs. Dustin The Diamond, Paul Ray, denn der dritte Fight zwischen den beiden ist offiziell vier Monate im Voraus oder ja mittlerweile nur noch drei Monate im Voraus. Haben wir den Fight angekündigt bekommen, nicht von der UFC selbst, sondern von Paul Ray, von McGregor und natürlich von den ganzen Twitter-Leaks von den MMA-Journalisten. Conor McGregor hat diesen Fight unterzeichnet und dann hat man noch auf Dustin Paul Rays Unterschrift gewartet. Der hat sie prompt nachgeliefert. Bedeutet am 10. Juli bei UFC 264 sehen wir Conor vs. Paul Ray 3, ein Fight, der über so vieles entscheidet. Der darüber entscheidet, wer als nächstes im Lightweight um den Gürtel kämpft. Der darüber entscheidet, wie es mit Conor McGregor weitergeht. Aber auch, wie es mit Dustin Paul Ray weitergeht. Denn klar ist, eine Niederlage kann sich McGregor aus seiner Perspektive nicht erlauben. McGregor kann, wenn er weitermachen will, wenn er wirklich nächstes Jahr der neue Double Champion sein will, so wie er das auf Instagram angekündigt hat, dann kann er diesen Rückkampf gegen Dustin Paul Ray nicht verlieren. Dann darf er den nicht verlieren. Problem ist, er wurde ausgenockt in der zweiten Runde. Das war ein sehr schöner Fight von Paul Ray. Das war ein sehr, sehr wahnsinnig schöner Gameplan mit diesen Kalf-Kicks. Wir erinnern uns, allzu lang ist das ja nicht her. Aber genau dieselbe Zeitspanne, wie McGregor vs. Paul Ray 1 her ist. McGregor vs. Paul Ray 2. Die beiden haben ja schon mal gegeneinander gekämpft. Genau so lang, wie das her ist. Genau so lang haben wir noch bis dahin. Dementsprechend freuen wir uns einfach mal auf den Juli, auf eine Sommernacht mit Conner vs. Paul Ray 3. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf diesen Fight. Falls nicht, schreibt unten mal rein, warum. Schreibt mir rein, falls ihr keinen Bock drauf habt, warum. Und falls ihr Bock habt, dann lasst es mich auch wissen. Folgt uns, we love MMA, gerne bei Instagram. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir hören uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.